Der Buchiner Gletscher In der kühlen Periode der Eiszeit, vor 20.000 Jahren, reichten die Gletscher zum letzten Mal von den beiden Erdbohlen in das Innere der Kontinente und bedeckten alle grösseren Gebirge. Das Eis, das sich in den Julischen Alpen ansammelte, glitt durch die Täler von Socha und Sava zum Vorgebirge. Von den Ostwänden des Triglaus mündete es nach Bohin und setzte seinen Weg in die Gegend von Bled fort. Als die Eiszeit ihren Höhepunkt erreichte, war der Buchiner Gletscher bis zu 800 Meter dick und floss sogar über die hohen Talränder. Beim Gleiten schlief das Eis die darunter befindliche Oberfläche und gestaltete das typische Gletschertal in U-Form. Am Höhepunkt der letzten Pleistocenen Eiszeit bedeckte der Buchiner Gletscher den gesamten Blederraum, auch alle kleineren Erhebungen. Er reichte nahezu bis Leszeh und Radoulica. Dabei verschob er den Lauf der Sava Dolinka etwas nach Osten. In der Tundra und Taiga, in der Umgebung des Gletschers, lebten Bisone, Mammute, Elche, Hirsche, Wölfe und Alpenmurmeltiere. Die letzte Pleistocene Eiszeit war allerdings nicht die grösste. In der Zeit seines grössten Umfangs bedeckte der Buchiner Gletscher auch einen Großteil der Ebenen von Gorinsko. Während einer der Höhepunkte der Eiszeit reichte der Gletscher in die Gegend östlich des heutigen Radoulica und hinterliess eine typische Entmoräne, Obla Gorica genannt, was runder Berg bedeutet. Kehren wir in die letzte Eiszeit zurück. Damals reichte der Gletscherrand von Leszeb bis Sassib, wo zwei Grate von Entmoränen gut zu erkennen sind, auf denen heute die Kirchen in Sassib und Sebenje stehen. Der Gletscherrand setzte sich über Daugo-Birdo bis Gorne-Gorje fort. Hier lief er beinahe mit dem Gletscher zusammen, der durch das Aradonatal Eis führte. Die Gletscher hinterliessen natürliche Amphitheater, die durch einen engen Grat voneinander getrennt waren. Das Eis versperrte auch den Eingang zur Bleder Windkarklamm, weswegen dort ein kleiner Gletschersee entstand. Als das Eis zu schmelzen begann, schnitt die Rechica ein Bachbett in die Ablagerungen und legte dadurch eine Reihe von laminierten Sedimenten frei, die sich hier zur Zeit der Eindämmung ablagerten. Die Eiszeit war klimatisch sehr abwechslungsreich. Bei den Abkühlungen verlängerten sich die Gletscher, bei den Erwärmungen schmolzen sie und wurden kürzer. Beim Voranschreiten schiebt der Gletscher Schutt aus der Grundlage, der sich von seiner Front in Form von Graten, die Entmoränen genannt werden, ansammelt und häuft es an. Spuren der ersten beiden Stauungen beim Rückzug des Jungblaistozenen-Buchiner-Gletschers sind in den beiden Entmoränen bei Dobrauza erhalten. Auf der Ebene vor dem Gletscher staute sich Wasser und allmählich entstanden hier Moore, die zum Teil noch in Plata und Jesarza erhalten sind. Beim Rückzug aus dem Raum Bled geriet der Gletscher, wovon die Grate der Entmoränen bei Bezoza und oberhalb des nordöstlichen Seeufers zeugen, wenigstens noch dreimal ins Stocken. Das Alter ihres Entstehens ist nicht genau bekannt. Sie sind allerdings jünger als 20.000 und älter als 14.000 Jahre. Vor der Front des zurückweichenden Gletschers begann der Bledersee zu entstehen. Zunächst war der Wasserspiegel etwa 20 Meter höher als heute und das Wasser floss unterhalb von Straja durch ein Tal, das heute Dindol genannt wird. Erst als der Gletscher in das Tal der Sarva-Buchinka zurückgewichen war, öffnete sich die jetzige Mündung der Jesirnitsa Peblino. Der See im heutigen Umfang ist etwas weniger als 14.000 Jahre alt. Das Klima erwärmte sich noch weiter und wurde dem heutigen immer ähnlicher. Das Eis schmolz schnell und zog sich weiter ins Hochgebirge zurück, dann verschwand es. Als die Eisstütze zurückgewichen war, wurden von den Hängen Erdrutsche und Felsstütze ausgelöst. Mit den Klimaschwankungen hängen auch die glatiofluvialen Terrassen zusammen, die von den Flüssen entlang der ehemaligen Gletschertäler abgelagert und eingeschnitten wurden. Die Flüsse schütteten bei klimatischen Abkühlungen grosse Mengen von Schutt an, bei Erwärmungen schwemmten sie in der Gegend fort. Die auf diese Weise entstandenen Terrassen sind zwischen Schobetz und Lesze erkennbar. Geformt wurden sie von der Sarva, die mit ihrem tief eingeschnittenen Flussbett die Gegend von Bled begrenzt. Sehr malerisch ist der Bereich des Flusstals mit den Mooren bei Brie. Mit dem Rückzug des Eises hängen auch die ersten Spuren menschlicher Existenz im Blederraum zusammen. Steingeräte aus dem Jungpaleolitikum wurden in der Höhle Bogleiska Circu entdeckt, in der Steilwand oberhalb des ergründeten Alfietheaters, den der Buchiner Gletscher zurückließ. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 dem 11. Jahrhundert muss das Wohngebäude, das Palatium, mit Hof von einer Befestigungsmauer umgeben gewesen sein. Unterhalb der Burg lag ein Friedhof. Dort wurden mehrere Broschen entdeckt, eine mit der Figur des Herrschers, eine andere mit dem Lamm Gottes, das auch im Wappen des Bistums von Brixen abgebildet ist. Mehr als 300 Jahre wurde die Burg von bischöflichen Ministerialen verwaltet, die sich häufig nach Bled benannten. Wohl im 12. Jahrhundert wurden im Hof eine freistehende Kapelle und die äussere Befestigungsmauer errichtet. Voraussichtlich im 13. Jahrhundert wurde noch das zweite Palatium erbaut. Vom mittelalterlichen Bauerbe ist allerdings nicht viel erhalten, nur zum Teil die Ringmauer und der Eingangsturm mit romanischem Seitenportal. Seit 1371 bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts verpachteten die Bischöfe von Brixen Bleds Grundherrschaft den Herrn von Kraig. Die Burg war das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum. Ein Ort, wo die Gesellschaft der damaligen Zeit zusammentraf. Denn dorthin kamen wegen verschiedener Besorgungen und Aufgaben Leute verschiedener Stände und Berufe. In dieser Zeit wurden das zweite Palatium und die gotische Kapelle errichtet. Im Jahr 1458 besuchte Bled der Brixener Bischof Nikolaus von Kues, Kardinal, Theologe und Philosoph, einer der größten Denker des 15. Jahrhunderts. Er bemühte sich um die Restaurierung der Burg, die er in einem schlechten Zustand gesehen hatte. Das Erdbeben von 1511 hatte die Burg stark beschädigt und bald darauf begann man sie wieder aufzubauen, wovon die erhaltenen Pläne zeugen. Auch die Bläder Herrschaft wurde von Unruhen erschüttert. Beschwerden der Bauern, regelrechten Bauernaufständen und protestantischen Ideen. Damals wurde die Bibel in Slowenische als 16. Sprache übersetzt. Die ersten grafischen Darstellungen des Ortes und der Burg stammen aus den Jahren 1679 und 1689. Nach dem Erdbeben von 1690 wurde die Burg erneut umgestaltet. Die Gebäude sind im Baukern noch heute erhalten. Auch die Kapelle wurde restauriert und mit Wandmalereien in barockem Stil ausgestattet. Die gesellschaftlichen Reformen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts befreiten die Untertanen von den feudalen Verpflichtungen. Brixen interessierte sich nach der Grundentlastung von 1848 nicht mehr für Blät und verkaufte die Grundherrschaft. Das Burggebäude verlor seine ursprüngliche Funktion als Feudalsitz. Im 19. Jahrhundert wurden die Burg auf dem Felsen und die mitten im See gelegene Insel wegen des malerischen Anblicks zur größten touristischen Sehenswürdigkeit des slowenischen Gebietes und blähte das politisch-nationale Symbol des Slowenentums. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Burg nationalisiert und zum Denkmal proklamiert. In den Jahren 1951 bis 1961 wurde sie in großem Ausmass restauriert. Damals wurde sie zum attraktiven Aussichtspunkt umgestaltet und in den Innenräumen wurde ein Museum eingerichtet. Untertitelung des ZDF, 2020